Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich beim Käfer Feinkost in der neuen Brasserie Blue bei Grey Goose und was es alles Neues gibt hier, leckere Köstlichkeiten und was für colle Cocktails es heute Abend gibt, das zeige ich euch. 景色, die Kleine und solleine mit untertitelung. clicked im Jahr 502 und blate oben in den K ohne Tag mit dem Kreuz. Montag wurde im Jahr 50,000 und drehen es schon ein paar Stück. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Es war eine komplett andere Erfahrung und es war eine andere Welt.